Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Odin Sphere mit mir, dem Leviton2. Beim letzten Mal haben wir das Buch Die Schwarze Klinge abgeschlossen und somit Oswald's Story erlebt. Heute setzen wir erstmal den Sokrates ab. Ja, streck du dich. Und nehmen das Schicksal in die Hand. Oder das Buch Schicksal in die Hand. Darin ist Bablet's Story eingetragen und ich würde sagen... Fangen wir doch mal an zu lesen. Das Schicksal lesen. Ja. Das Schicksal in der Hand. Das Schicksal in der Hand. Cornelius! Du hast so stark geschenkt. Entschuldigung. Ich kann nicht helfen, aber dich zu bleiben. Aber ich muss kurz zurück. Mein Vater ist aufwärtig. Kannst du mich wieder hierher? Ich werde es warten. Deine Worte gibt mir die Kraft. Es ist nur eine temporäre Entdeckung. Ich habe es nicht geprägt. Ingwe! Wie schreitest du! Wie lange hast du da? Muss ich ihn als ein Frog machen, um ihn zu geben? Wauw, Velvet. Er ist ein Prinz. Wir sind Vagabonds. Deine Liebe gibt es nichts. Du musst nicht in der Lage sein, Ingwe. Vierter Vierter ist durch Sie beide. Sie sind die letzten Leben. Sie werden den Throne restored. Silence. Skalde, geh und erzähl Urza, dass ich so gut in meinen Planen werde. Aye. Ein King, eh? Also wollen sie uns bästern, in der Trechung, mit unserem Grandfather? Ich glaube nicht. Bitte nicht über unsere Mutter. Völven, es scheint, dass du vergessen hast, über die Wurzeln, die sie auf uns gestellt hat. Ich habe nicht vergessen. Nein, du hast. Lass das mal wieder einmal. Lass die Prophecy, die unsere Mutter geschrieben hat. Es ist klar. Eine Wurzelnung und eine Wurzeln werden wir beide auf uns. Unsere Mutter, die die Zukunft sehen hat, wünschte uns die Todes. Wir haben die Mutter zuerst verlassen. Es ist nicht möglich, dass sie uns schützt. Wenn wir sie nicht schützt haben, dieser Wurzeln würde uns auch schützt haben. Ich würde das lieben. Wir haben das gehört. Wir müssen uns nicht unter einer Wurzeln, unter einer Wurzeln, von unserer Mutter. Das bedeutet, dass die Wurzeln, die Wurzeln zu erwähnen wird. Oh! Kannst du jetzt die Zukunft sehen, wie Mutter in Hindle? Entschuldigung, Völdet. Ich habe zu viel gesprochen. Lass uns gehen. Holden. Und durch das Gegenteil. Danke! Mein weiss cioèst, Verwandte. Verwandte, eine Leitere Wurzelnung. Verwandte und Todes und oblige werden dich unter den beiden. Mutter. Ich lese einfach dort weiter, wo es aufgehört hat. Der Kessel entfaltet seine volle Macht mit dem letzten Stein. Und mehr Mutters Notizen haben wir nicht. Und auch nächste Seite gibt's nicht. Okay. Dann weiter im Prolog. Ach, Anleitung für Wellblend. Spring funktioniert ganz normal. Und über dem Fernseher... Ach so, zweimal springen und einmal und dann kann ich schwingen. Ah, okay. Ah, so. Okay, die normale Fieber-Combo. Okay. Monster sind lang getroffen. X halten. Ah, okay. Das ist gar noch Fernangriff. Auch nicht schlecht. Ja, mal schauen, wie ich mich so damit... Viel Schaden ist ja anscheinend nicht der Ding. Ich musste ja vorhin ein bisschen kichern in mein stummgeschalttes Headset. Einfach nur, weil Cornelius und Wellblend da standen. Händchen haltend. Als ob das das einzige gewesen wäre, was wir für die letzte Stunde gemacht hätten. Der Zielsuchangriff braucht aber auch einiges an Energie. Scheint aber auch gut Schaden zu machen. Lass sie... Lass sie... Lass sie es auch nehmen. Gib mir die Krotte. Hahaha. Ende des Tutorials. Aber erst wenn ich die Truhe nehme... Äh... Zwiebel brauche ich nicht. Wenn ich schon Krotten finden kann, dann nehme ich die doch gleich mit. Und... Ich seh, Truhe auf. Und wir kriegen... Ein paar Maubärsamen. Noch Materie. Ja, ich denke, damit kann ich dann schon den ersten Halltrank bauen. Gut. Dann verlassen und schauen, wie die Story weitergeht. Warum hat meine Krotten gestärkt worden? Du hast den Gift der Vorwärmung. Ich suche eine Antwort von dir. Ich kann dich nicht helfen. Wenn ich spreche, Fäier und Menschen verbrechen meine Sprache. Und verletzten ihre Perspektiven. Ich habe zuhörst mich in die Zukunft. Ich bin der Blut von King Valentine. Ich habe gehört, dass du mit der Royal Familie bist. Die Blut sind mit Menschen, als Essen, nicht Freunde. Also sind unsere Drogons. Wir haben niemals Freunde mit ihm. Ich verstehe. Also bist du Velvet. Ich habe eine Vision von deinem Begriff. Ich denke, dass das ist die Zeit. Wenn du wusste, dass ich gekommen bin, dann wirst du wissen, warum ich hier bin. Wie deine Mutter sagte, eine Kürze und die Todes verletzen deine eigene Demise. Es ist nichts zu Angst. Kein Leben kann die Todes leben. Wenn Leben endet, ein Welt ist verletzt. Wenn du mein Leben kennst, wirst du wissen, dass es sinnvoll ist, zu diskutieren meine Todes. Ja, das ist richtig. Bitte erzähl mir, was der Zukunft hält. Alles hat bereits geschrieben in den Prophecien. Ich habe nichts mehr zu sagen. Der Weg zu nehmen wird, von deinem Mentor. Mein Mentor? Die Todes nicht. Die Todes nicht zu vermeiden können. Aber die Todes kann sich wiederholen. Du sagst, dass die Todes werden können? Ich bin für die Gelegenheit. Ich bin für die Gelegenheit. Obwohl ich nicht zu retten, muss ich mein Ziel sein. Bis zum Beispiel, wie die Prophecien sagt, Die Schallweiß von der Verkaufelung von der Verkaufelung nehmen. Das ist deine Schuld. Deine die Todes, wenn du sie möchtest. Das ist deine Schuld, in deine Demise. Mhm. Du musst hier wieder einmal wieder besitze. In diesem Zeitpunkt, mein Freund gibt es dir. Jetzt, bitte, geh. Mein eigenes Ende zieht nahe. Selbst Schöner, bevor ihre Exekution, sind vor Zeit für eine Bedeutung. Bitte, nicht interferieren mit meinem Schlumber. Ich würde gerne speichern. Irgendwie mag ich Hindle. Jetzt gehen wir hier hoch. Er ist ein sehr weiser Drache. Wie er es sein sollte. Oh, ich bin im Puka-Städtchen. Gleich zu Beginn. Dabei habe ich nicht einmal was für die Restaurants. Ich liebe es. Wenn ich wusste, dass du dich besitzen würdest, hätte ich etwas Tee vorbereitet. Bist du noch in dem Kastel in der Forrest? Es ist ziemlich weit von allem. Es ist ein sehr schönes Kastel. Aber es ist fast wie eine Präsenz da draußen. Jeder muss glauben, dass du und Ingwe sind die einzige Überlebte der Destruktion von Valentine. Hm, sie wohnt im Schloss im Wald. Das ist ja dort, wo Oswald dann hinkommt. Kämpfen die noch ums Schloss, oder? Prinzess Velvet, hast du studiert? Das ist ein perfektes Zeit für unsere Geschichte der Nation. Der König von Valentine wurde gegründet, nachdem unsere Ancestors kamen zu Arion. Unsere excepcionalen Fähigkeiten in der Magie und der Technologie flürgen. Und wir haben prosperiert, um eine affluent Nation zu werden. In unserer goldenen Zeit kontrollierten wir über halb dem Kontinent und... ...Mester Croy! Ja, ich bin auch fast eingeschlafen. Prinzess, ich bin weg, um ein bisschen Geld zu bekommen. In diesen Tagen kann ich eine große Menge Koste bekommen, indem ich in dem Fähry-Kirche arbeiten. Ich habe 20. Ähm, du hast nichts zufällig, ah ja. Äh, ich bin jetzt mir interessiert, was für Münzen habe ich überhaupt? Zwei Titan-Münzen. Die kann ich also ohne Probleme auch rausgeben. Äh, der Magnetring hat sich... Ja, nein. Äh, die Brötchen könnten noch was bringen, 50 LP, aber... Ach Gott, was soll ich noch nehmen? Gib mir mal zwei Brötchen. Die Titan-Münzen dafür haben. Ich hoffe ja, dass ich da wieder irgendein Erfahrungskristall oder so im Level finde, wo ich jetzt hingehe. Auch immer es sein wird, ich weiß es gerade nicht. Oh, um den Tod aufzuhalten gehst du gleich zur Königin der Unterwelt. Okay. Äh, äh... Immerhin kann man ihr nicht vorwerfen, dass sie langsam agiert. Wie gesagt. Wie gesagt. Es gibt mehrere Prophecien über diese Lande. Alle sie an den Ende des Weltes, causiert durch fünf Disaster. Ein Monster, ein Feuer, ein King of Death, ein Kaldron, und ein Dragon. Die Prophecien über unsere eigene Nation waren ähnlich. Ingwe und ich haben diese Prophecien über diese Prophecien als wir jünger waren. Prinzess Velvet... Ich habe keine Antwort auf, wie zu retten, die zwei von Ihnen zu retten. Master Kroi... Any Instruktor wäre falsch. Sie würden ihre Worten schützen, um ihre Pupil zu retten. Skaldi... Ist das eine Freundin von Ihnen? Vor dem ersten Valentin kam zu dieser Lande, die Prophecien über diese Lande waren bereits älte. Sie sind mehr genauer als die Worte, die von weniger Enlighten-Nationen kommen. Wie darfst du insinuieren, dass meine Lande der Lande ist falleig? King Galen von meinem Lande, Titania, liste diese Prophecien in einem Epik-Poem. Die Wahrheit hinter der Katastrophe kann man in diesen Versen finden. Und wo sind diese Poems? Ich möchte sie sehen. Die Psalms wurden verletziert und verletziert. Eine Sekunde hat sich verletziert, aber es ist ziemlich verletziert. Wenn Sie nicht die Worte wissen, es ist besser zu sagen, dass Sie sie nicht wissen. Sie alle wise Menschen respektieren die Honestheit. Wenn Sie Ihre Verletzieren, Sie nie finden die Antworten Sie suchen. Sie nicht suchen eine Debatte. All you want is a fight. Oh, ich fühle mich. Be careful. Anger ist möglich, zu verletzieren die Menge Blut in einem Gehirn. Dann salue ich Ihre extensive Wahrheit. Ich bedanke mich für Sie. Master! Das war nicht schön, Skaldi. Ich spreche nur die Wahrheit. Es ist ein Fakt, dass die Psalms vorstellt, die Worte zu kommen. Ist es eine Möglichkeit, die ganze Schrift zu lesen? Nur der King Galen weiß das ganze Poem. Aber Galen ist in der Niederwelt. Hm. Du sagst einmal, dass du in der Niederwelt kannst. Ja, ich kann. Ich möchte die Wahrheit wissen. Wenn die Epik-Poems sagen, die Destruktion erzählen. Ich nehme dich dort und gebe sie dir. Aber bitte, nicht vergessen. Wenn du fachst, wenn du fachst, musst du zuerst den Huch. Was ist das, du willst? Oh, der Request von einem wie alt wie ich ist nur ein Trifel. Ich bedanke mich für ein Buch. Wenn ich das Buch kann, das Buch der Transformation kann. Das ist ein Buch von Magik, von meinem Vater. Das ist mein Krieg. Es ist nicht meine zu geben. Ich habe nur es für eine kurze Zeit Ich verstehe. Ich verstehe. Also, wir gehen bevor wir unsere Gedanken zuerst. Ich darf wieder spielen. Nach all dem Text. Oh je. Das dürfte lustig werden. Wir können meiner Kette nicht entkommen. Das funktioniert doch ganz gut. Ähm, was ich jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, die fünf, äh, die fünf Sachen, die den Untergang herbeiführen werden. Ähm, nehm ich, nehm ich, nehm ich. Wow, ich habe schon keinen Platz. Fast mehr. Nur ein bisschen Platz habe ich noch. So, machen wir erstmal hier einen Haltrang. Die den Untergang bringen werden. Das sind ja eine Bestie, was wahrscheinlich durch das Buch der Verwandlung erzeugt wird. Ähm, toll, ich habe kein Licht. Na, dann stehen wir einfach hier. Ähm, dann war von einem Gott, von einem König des Todes die Rede. Eigentlich würde es ja hier eher eine Königin sein. Dementsprechend weiß ich jetzt gerade nicht, ob damit Udin oder hier unsere Königin der Unterwelt gemeint ist, weil die Königin der Unterwelt wird ja von Gwendolyn getötet. I can't believe I can fly. Ähm. Er hat sicher irgendwo Tentakeln oder was? Natürlich waren es Tentakeln. Ähm, ja. Ja. Also, ein Monster, das wahrscheinlich durch das Buch der Verwandlung erzeugt wird. Ein König der Tod, welcher ich nicht weiß, was es ist. Eine Bestie. Oh, Buschwolves haben. Materie habe ich noch. Und Maubeeren brauche ich gerade auch nicht. Eine, ähm, ein Monster aus Lava. Das wäre wahrscheinlich Onyx. Dann der Kessel, was der Häcksenkessel sein wird. Äh, ein Augenblick, ich gehe mal schnell. Autsch. Ist egal. Äh. Und dann noch der Drache, das wir ja dann wahrscheinlich da leviert haben. Keine Allraunen hier? Doch, danke. Autsch. Autsch. Wird hier ein bisschen extrem rumgeschleudert. Als wäre die Weltland. Weltland. So. Und, äh, Schimmerschein. Du bist dran. Oh. Oh. Sie zerfallen gerade. Oh Gott. Das, ist ein furchtbar starker Angriff. Autsch. Das war unfair. Da wollte ich mich um die Geister kümmern, aber... Ja. kannst du ja schon mal die Mario umpflanzen. Kommen da so viel mehr? Oh Gott. Noch kaum mehr Leben. Äh, ich sollte mich vielleicht wirklich halten. Oh Gott. Ich hab jetzt Mühe. Ich hab jetzt Mühe. Ich hab jetzt Mühe. Oh Gott. Jetzt hört's doch mal auf hier. Ich treff die nicht mal mehr. So, gib mir mal die Maubären hier, sonst krieg ich gar keine Leben mehr. Das Gebiet ist eindeutig schwerer als vorhergegangene erste Levels. Eins. Und zwei. Dankeschön. Baubären. Baubären. Und Baubären. Der Rest kommt in die Kristalle. So, und das Gift ist mir eigentlich recht Wurst. Hey. Karte. Gib sie mir. Und sehe ich gleich wo ein Händler ist. Äh, dort nicht. Dort nicht. Dort auch nicht. Aber dort wär's nur ein Level 2 Gebiet und dann ein Händler. Ich glaub das lässt sich machen. Und dort kriegen wir einen Stein. Ähm. Okay. Weiß ich gleich auch, was ich da im nächsten Part 2 zu tun werde. Gut. Aber dann. Sieht's aus. Jetzt möchte ich noch ein Brot essen. Ja schon, weil ich den Platz mit dem Tau brauche. Kann ich das eigentlich wie ein Lasse machen? Äh. Eins und... Ne. Okay. Einmal. Und dann. Okay. Das hilft mir nur, um ein bisschen länger in der Luft zu bleiben, falls es mal nötig wird. So. Gut. Dann hier noch das letzte Gebiet. Und dann haben wir den Part ja auch im Kasten. Oh. Hier Schaden von... Wäre wohl halt, das ist etwas, das mir noch, das mir noch ein bisschen Sorgen macht. Weil er wirklich ein bisschen arkelig ist. Nein, 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 nein. Autsch. Wenigstens machen die Gegner auch kaum Schaden. Wenn die Kette direkt auf die Gegner losgehen würde, wäre sie viel effektiver. Geht mal das mal so. Ich wollte von unten angreifen. Das Spiel wollte nicht. Wie so? Yay! Noch mehr Geld und eine Rosmarille, welche immer gut ist. Und Maubeersamm nehmen wir auch. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz. Ein bisschen Platz sollten wir immer lassen. Deshalb lasse ich jetzt mal die anderen Gegenstände einfach liegen. Dort wollen sie mich durch ein Level 5-Gebiet... Ja, ich werde wahrscheinlich das ganze Gebiet hier schon noch erkunden. Ich denke vor allem im ersten Level ist es wichtig, dass man die Seelen einsammelt, weil das hilft wahrscheinlich schon beim Boss. Jetzt möchte ich aber noch wissen, was der Bazar hier so im Angebot hat. Unsere Untotenhändler. Ich habe einen Schaden, wenn du willst. Aber ich habe keine Schaden, die mit ihm kümmern kann. Kraftstein Ach, das ist den, den ich kriegen kann Ja, das ist nicht schlecht Aber ich habe gefunden, was ich möchte Kannst dafür die Ja So, jetzt ist der Kraftstein nur noch ein Thema, das ich verkaufen möchte Und ich gehe davon aus, dass Bevelet diesen Stein hier braucht, weil ich, wenn ich ihren Schaden sehe, dann Ja Da möchte ich nicht mehr wirklich Aber gut, wie dem auch sei Ich würde sagen, das war's für heute Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal